Wenn Jennifer und Ming an ihren Flügeln sitzen, dann zeigen sie, dass klassische Musik auch einfach purer Spaß sein kann. Beethoven auf dem Kopf stehend oder auch einfach mal an Gummiseilen hängend. Als Queens of Piano bereiten die beiden Pianistinnen ihren Zuhörern ein wahrhaft königliches Vergnügen. Bis einem vor Vergnügen schwindlig wird. Die Queens of Piano jetzt live bei uns in der Abendschau. Klassik und Hardrock, Thunderstruck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Ming, die Queens auf Piano, live in der Abendschau. Herzlich willkommen. Es ist natürlich weniger Action bei mir im Studio, als was wir im Video gesehen haben. Mit Akrobatik auf dem Dach. Stimmt, genau. Wie habt ihr das entwickelt? Das ist ja fast wie Pink. Ja, also wir machen natürlich eine Klaviershow, die von Moderation lebt, von Gesang. Aber wir schauen natürlich auch immer, dass wir weg vom Flügel kommen, dass wir einfach verrückte Dinge mit dem Flügel ausprobieren. Und da haben wir uns einfach für das Bungee-Jumping entschieden und für den Astronautentrainer. Es war sehr aufregend. Ja, also so ein Flügel, der wiegt ja auch ein bisschen was. Ja. Ja, genau. So eine halbe Tonne. Also deswegen, wenn wir schon das Instrument nicht mit auf den Schoß oder umgurten können, dann drumherum. Drumherum. Aber es ist schon eine anstrengende Nummer. Es ist auch körperlich anstrengend. Ja, wir haben auch richtig trainiert dafür, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Fürs Album? Ja. Hat auch ein bisschen Training gedauert, oder? Bis es dann rausgekommen ist. Weil ihr habt sehr viel Performance gemacht, sehr viele Konzerte. Warum? Seit 2013 spielt ihr zusammen. Warum jetzt erst das Album? Ja, im Prinzip haben wir uns zeitgelassen. Wir haben die Platte mit Moose Tee und René Möckel zusammen produziert. Und es hat jetzt einfach, die Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma hat sich entwickelt. Und das ist jetzt aber eine Platte, wo wir sagen, das ist genau die Musik, die wir machen wollen. Es ist eine Mischung aus Pop und Klassik. Und unsere beiden Herzen schlagen ja für diese beiden Stilistiken. Und hier auf der Platte ist alles vereint. Was sagen da die Puristen dazu? Ich sag mal, der AC-DC-Fan, wird der mit Thunderstruck in eurer Version fertig? Ja, ich glaube schon. Also wir haben jedenfalls positive Rückmeldungen bekommen. Auch von den Klassikern. Das kann man auch daraus machen. Genau. Cool. Aber das kann man auch daraus machen. Das ist natürlich jetzt auch ein neuer Konzertansatz. Weil solche Konzerte, wie wir im Video gesehen haben, ist erstmal nicht möglich. Habt ihr jetzt im Gasteig einen anderen Ansatz? Augenblicke-Konzerte? Wie funktioniert das? Ja, da haben wir im Prinzip ein neues Konzept entwickelt, wo man für eine ganz, ganz kleine Zuhörerschaft, also für zwei Personen im Prinzip Konzerte spielt, die sich dann in die Augen schauen und wir sozusagen unsere Musik dazu begleiten. Und so erlebt man im Prinzip die, so ein bisschen dieses Miteinander von Nähe und Distanz. Aber auch Konzerte spielt ihr jetzt? In der Schweiz geht's jetzt, glaube ich, dann weiter? Ja, genau. Übermorgen ist das Konzert in der Schweiz. Bisschen nervös, ob das mit den Zahlen so alles noch so funktioniert? Ja, also man muss echt reagieren. Also, aber wir sind ganz zuversichtlich. Wir proben, wir sind in den Startlöchern. Wir haben natürlich total Lust, auch unser neues Programm zu spielen. Wir wären jetzt auch mit Orchester auf Tour gegangen, mit einem großen Symphonieorchester. Das sind natürlich Sachen, da freut man sich drauf, da arbeitet man lange drauf hin. Und das ist jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Aber wir nutzen die Zeit, arbeiten kreativ, machen neue Videos und versuchen einfach positiv zu bleiben. Queens of Beano, was macht aktuell am meisten Spaß, wenn man sagen kann, es macht Spaß in dieser Situation? Also, natürlich die neuen Sachen, die wir jetzt auch noch nachlegen jetzt, also neben dem Album. Dann natürlich auch, dass wir auch so über Skype oder Videocall uns einfach so auch updaten. Und einfach, ja, wie sagt man so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Absolut. Vielen Dank für den Besuch, weiterhin viel Erfolg. Queens of Beano, das ist das Premierenalbum und wir daten Sie jetzt auch gleich ab in der Rundschau. Die Folgen der Corona-Pandemie und die Situation im Landkreis Rottal in nach dem faktischen Lockdown. So startet Ursula Heller gleich in die Rundschau. Also Sie sind top informiert und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen Abend wieder. Natürlich wie immer 18 Uhr. Einen schönen Abend. Servus, danke.